Und damit willkommen zu einer Battlefield 3 Runde auf der Donya-Festung mit Spielmodus-Waffen. Weißt du, ich war gerade erschreckt oder beziehungsweise erstaunt, dass es doch wieder Donya-Festung ist, weil eigentlich hat der Server Map-Votation an und ich dachte eigentlich, dass gleich Altmetall kommt, aber gut, egal. Donya-Festung ist sowieso besser als Altmetall. Oh scheiße, Feuer. Feuer heiß. Okay, lassen wir wieder reinkommen. Okay, 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 okay. Auf der vorigen Runde war ich schlechter. Vielleicht muss ich aber erstmal wieder in den Spielmodus reinkommen, denn davor habe ich ein paar Runden Domination mit Altmetall auf Sieberturm gemacht. Ach, fuck. Okay, so. Ach, komm. Oh, das gibt's doch nicht auf. Was ist denn heute los? Gott. Was ist denn heute los? Das gibt's doch gar nicht. Äh, ich nehme übrigens mit 60 FPS auf und lockere die Framerate. So kann ich flüssig mit 60 FPS spielen. Habe jetzt rausgefunden, dass das funktioniert und dass das sogar sehr flüssig ist. Auch wenn ich nicht gewartet hätte, dass der PC überhaupt gut genug dafür ist. Aber entscheidend habe ich mich geirrt. Irgendwas ist mit der Maus komisch. Ist die Maus verstellt oder so? Ist die Maus irgendwie... Ist die Empfindlichkeit irgendwie runtergedreht worden oder so? Aber warum? Wer sollte das getan haben? Ich nicht. Oh, wie mies. Der hat mich echt nur degradiert. Ich fass es nicht. Anscheinend bin ich heute nicht so wagelastig. Anscheinend bin ich nicht so aufgedreht heute. Aber gut. Ähm. Ähm. Na komm schon. Das gibt's noch nicht. Hallo? Hallo? Ja, das ist ja... Niemand. Ich würde sagen, hä? Leck! Der leckt! What the fuck? Hab ich geleckt oder hat der geleckt? Der hat geleckt. Ich leck doch nicht. Ich hab... Ich hab eigentlich meistens Superpin... Äh, Ping. Hä? Wie scheiße. Wahrscheinlich ein Leckstritcher. Ne. Aber Leckstritcher ist viel schlimmer. Ne. Das war wahrscheinlich der Server. Oder bitte für 3 hat rumgelitscht. Aber das wird immer wieder echt komisch. So typisch BF3. Und BF4 sind die viel besser. Das weiß ich. Auch wenn ich es nicht mehr spiele. Das gibt's doch nicht. Ich find hier gar keinen. Hallo? Das ist alles schlechst auf Ramp 5 hier. Ich find hier gar keinen. Ha. Multi-Hack gebannt. Läuft bei uns. Wir sind jetzt alles gerecht hier. Das gibt's doch nicht. Oh, okay. Komm, ich stepp dir Hose. Friss mein Blei. Komm. Hier. Friss mein Blei. Genau deswegen hasse ich diese scheiß Pistole hier. Mit dem Salvenschuss. Die geht da gar nicht. Wie kann man mit der spielen? Wie kann man echt mit dieser Waffe spielen? Ich hab keine Ahnung. Ich muss das natürlich nehmen wegen Rangaufsteigen und so. Aber die ist doch sowas von behindert. Wie kann man die benutzen? Ganz ehrlich. Wie kann man diese Waffe benutzen? Okay, 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 okay. Boah, ey. Boah, ey. Ich kann mir doch niemals unter die Top 5. Ja, Gesangskünste. Okay, das ist die gleiche Waffe. Och Gott, ey. Typisch. Typisch. Irgendwie kommt mir das so vor, als wäre die Maus verstellt worden oder so. Vielleicht bin ich auch... Oh Gott. Mann, ey. Irgendwas... Irgendwas ist immer. Irgendwas ist immer. Mädel, danke, danke, danke. Ja, gut. Das war krass, ein Aim-Test. Geht eigentlich noch. Stehe ich gar nicht. Das war mein patentierter Aim-Test. Okay, nicht wirklich. Oh, stopp, du Hose. So. Okay. Hm. 44 im Hacken. Mit Mandeln. Friss meine Mandeln-Dose. Friss meine Mandeln. Oh, come, ey. Das gibt's doch nicht. So knapp. Mal wieder 4%. Oh, boah. Kühl den doch, Gott, verdammte Scheiße. Eee. Eee. Ich hab mich gehört. Ich bin doch aufgedreht. Stipp. Oh, Gott. Komm runter. Komm runter, es ist nur ein Spiel. Es ist nur ein Spiel, wo lauter Husos drauf sind. Es ist nur ein Spiel. Und du bist schlecht gerade. He, he, he. Nein, nicht mit den Zähnen knuschen. Das ist nicht gut. Bloß nicht mit den Zähnen knuschen. Das... Das wolltest du überhaupt nicht machen. Pah. Die Runde ist eh gleich vorbei. Kann ich dir auch noch mal wieder die Tonne hauen? Äh, die Pfanne. Die Tonne, die Tonnenpfanne. Ne, Pfannentonne. Die Pfannentanne. Die Tannenpfanne. Könnte ich jetzt bitte einen Kill bekommen? Bitte. Nur ein Kill. Es ist doch nur ein Darlehen. Hallo. Komm, nein. Oh, zwei gegen ein. Bedrängt. Was tippt ihr denn so? Deutschland gegen Brasilien, hä? Ich sage... Pff. Boah. Ja, 2-1. Deutschland. Das typische. Das kann nicht wahr sein. Stopp, du Oso. Ja. Ja. Ich habe hier mal einen getötet. Das hat sich gut angefühlt. Endlich mal wieder. Da gibt es hier kein Comeback. Oh, das war gut. Wasserpistole. Geil, oh Mad. Endlich mal wieder ein Kill. Hoffen wir mal, dass wir nach den Pistolen jetzt ein bisschen mehr Lack haben. Stopp, du Oso. Oh, ja, natürlich. Ich bin übrigens Rang 42. Captain. Captain, absehlang. Hilfe bei Kill, deine Mutter. Komm, komm, komm. Ja. Stopp, du Oso. Der leckt schon wieder. Der leckt schon wieder. Oder ist das irgendwie dieser Treppenstufen? Bug. Das ist irgendwie nicht angezeigt. Oh, das war gut. Das war gut. Das war gut. Hihihi. Okay, das bin ich zumindest. Weiter, komm. Etwas. Oh, komm. Bloß nicht aufregen. Es ist nur ein Spiel und der ist gerade schön geflogen. Alter. Gott, wie ich das hasse. Wer soll, wenn man rumquetscht hier in den Gängen. Ja, das ist Quetsch. Oh, ich müsste so ein Channel-Man-Running-Gig-Geräusch machen. Immer wenn ich mit jemandem quetsche, mache ich einfach Quetsch. Quetsch. Wenn's bei ihm leckt, macht er Greg. Dann mache ich Quetsch, wenn ich hier quetsche. Jetzt habe ich die Autoshotgun. Mit der müsste ich zumindest ein paar Kills bekommen. Oder, na, zwei. Ich weiß, dass ich offensiv bin. Na und? Dafür stirbt er. Alter, ich hab den nicht mal gesehen. Die sind aber verteilt hier. Ist doch schön. Ah, 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 ah. Crashland Burn hat Level 16 erreicht. Deine Mutter ist schon Level 85. Okay, 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 okay. Fletcher für die MPK-3 ist natürlich geil. Komm schon, Junge, komm schon. Ah, das schaffe ich nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr. Komm schon, das war noch geil. Das war noch gut, das war noch gut. Ja klar doch, Kais. Ich schreie innerlich. Und das laut. Stopp, du Hose. Oh, komm. Das gibt's doch nicht. Das war ja mal gar nix. Suppi. Ich weiß nicht, ob ich das hochlade. Vielleicht doch. Mal sehen. Einfach nur wegen Rages. So, komm. Mindestens noch ein paar Kills. Okay, 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 okay. A-O-G. 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 Vielleicht soll ich nicht dahin laufen, wo weniger Gegner sind. Das ist schlecht. Komm, Alter. Wie lange ist der denn schon auf dem... Nein, ich reg mich nicht auf. Nein. Ich mach nur komische Geräusche, wenn ich zocke. Das mach ich immer. Das ist so eine Nebenbeschäftigung. Manche hören Mucke. Ich mach einfach Geräusche. Das ist ein Hobby. Wo ist der hin? Ach, komm. Schreib, mein bleide Wichser. Komm. In deinen Arsch rein. Ja. Ich hab ein Kühl gemacht. Äh, Skyle. Skyle, 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 Skyle. Skyle. Nein. Ah, okay. Hey, 13. Ja, es ist teilweise echt schlimm. Ich meine, was soll ich da auch machen? Das sind hauptsächlich Kolonels alles. Da kann ich noch nichts dagegen machen. So, noch ein paar Wippens. Drei Stück. Da bin ich auch kein Blumentopf. Ah, gut. Nächster Rang ist ja, sieht man schon Major. Hm. Ich würd sagen, das war's dann für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn ich mir so rumgefällt hab. Vor allem am Anfang. Äh, falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt, abonniert mich. Und um meinen BF3-Status-Zufa-Folgen bit.ly slash BF3-Status-Glendor zusammen geschrieben. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao. Mit V. Und mit V.